So, Leute, da sind wir wieder mit Regis Adventure 4 und ja, Shaggy ist bei mir. Guten Tag. Ja, Shaggy. Steffen spielt in meinem Zimmer Pokémon XD, glaube ich. Okay, jetzt geht's weiter. Das ist geilste raus. Wow. Penis kommt da. Ist er gestorben? Ich habe hier den Save-Sat gelegt. Ist er gestorben? Ist er gestorben? Jetzt warte ich einfach. Jetzt warte ich einfach. Ich wollte gerade sagen, wie oft du noch sterben willst. Ich hoffe, ich kann das Save-Sat benutzen eigentlich. Nur nach dem Midway-Porn. Mach ich aber nicht mehr. Das war jetzt genug. Nur mein Spiel lag, glaube ich. Ja, ja, du kleiner Penis-Kopter, Junge. Penis-Kopter? Ja, ein Penis-Kopter. Kennst du keinen Penis-Kopter? Warte mal, Leute, ich muss kurz meine Spieleinstellung ändern. Da sind wir wieder. Ich hoffe, es geht jetzt flüssiger. Sieht gut aus. Penis-Kopter, komm zu dir gefliebt. Weißt du, was ich ganz toll hören kann jetzt? Hatte ich dir doch gesagt. Ich weiß. Richtig laut, laut halt nicht sogar. Ja, und dann? Ja, nur so ein Bein, hat man für den Kopf da. Penis-Kopter, was du ja immer sagst. Ja, jetzt hat da schon wieder was geklaut. Übrigens, liebe Zuschauer, homophob kommt von mir. Das stimmt nicht. Das ist nicht korrekt. Natürlich. Nein, das ist nicht korrekt. Hoop. Das hat er von mir geklaut. Junge, ich hab das... Herzlichen. Natürlich. Du kleiner Homophob. Ich hab's an YouTube-Einstellern erstellt. Ja, natürlich. Jetzt fang hier nicht an, rumzulügen. Das hast du bei mir geklaut, als du das letzte Mal hier bei mir warst. Also, das stimmt nicht. Oh mein Gott, was tut er da? Und Kabi Streamland 3 gespielt haben. Also, ich muss es zugeben, er lügt sich schon mal zusammen. Ja, natürlich. Ich kann's verstehen. Er möchte so sein wie ich und so cool, weißt du, aber... Ganz bestimmt nicht. Ich möchte nicht so sein wie so ein Penner-Penis-Kopter wie du. Ja, ich brauch ja unbedingt jetzt einen Pilz oder so. Ja, du brauchst unbedingt einen größeren Penis. Bitte, keine solch auszulügen. Bitte hier. Ja, ja. Weißt ja, ein kleines Kind. Ein Place mit Niveau machen. Und nicht mit illegalen Wörtern. Was sind das denn für illegale Wörter? Das ist rein wissenschaftlich. Unter Kindern kennen wir ja auch böse, die Wörter. Oder dreckig. Böse oder dreckig. Aber homophob, oder was? Das hast du gesagt. Oh, verdammt nochmal in dieser scheiß... ...elne... ...unter... Na? Hier muss doch irgendwo ein Peacewish sein oder so, oder nicht? Ja, doch mal nach... Ohne Mist. Hier muss ein Peacewish sein. Er läuft die ganze Zeit nach links, aber läuft nicht mal irgendwann nach rechts. Hier runter. Hier vielleicht. Eigentlich sieht es doch nur ein normales Geisterhaus. Das heißt... Komm mal her. Das hier auch ein Peacewish sein muss. Das ist auch nicht. Das heißt, ich drehe durch und laufe amok. Aber ich weiß nicht, was ich glaube... Das war so schwer. Ja, ich weiß nicht, wie so viel. Ah. Alles klar. Das ist kein ganz normales Geisterhaus. Nein, Luigi mag keine Geister, weißt du doch. Also, du hast dann eigentlich einen Film gehabt. Ja. Mit Geistern. Auf ein neues. Ich habe mal ein Wohligesetz in das nächste Player. Nein, du wirst ja. Kein Gott von dem zu stehen. Komm her. Kleiner Ghost. Ich werde übrigens Mario Galaxy 2 next playen. Bald. Was? Du assi, das wollte ich machen. Ja, weißt du bescheuert. Haha. Ey, du bist ein Kacktyp, ohne Mist. Ich glaube, da haben wir einfach mal eine Idee. Ich überleg mir das noch. Also, ich denke, ich würde mir True to Plane. Aber... Oh, 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 oh. Ja, der Pilz einfach so. Ups. Und wieder gleich. Okay, natürlich. Das hat ja überhaupt nichts gemacht. Ja, das muss ich sagen. Das haben wir das letzte Mal, wo du hier warst, haben wir rausgemacht. Ich, das Despair, haben wir schön drüber geredet. Haben uns gegenseitig homophob genannt. Ja, da war auch abgemacht, da war auch abgemacht, dass ich dann zu dir als Besuch komme, weißt du? Aber das hast du ja irgendwie... Ja. Das geht nicht. Ja, das ist ja kein Problem. Wenn du mal irgendwann mal was sagen, du sagst dir nie was, dann kriegst du dein Maul immer nicht auf. Was, was, was. Ich sag jeden Tag hier, Mensch, sag mal. Ja, und ich bin nicht jeden Tag da, das weißt du ganz genau. Wohin soll ich das missen? Ja, weil ich ganz genau weiß, dass ich die ganze Wochen über nicht da bin. Ja, dann am Wochenende bist du bei deiner... Ja, aber meiner Freundin, das ist richtig. Ja, dann ist ja wohl sehr schlecht. Dann muss der... Habe ich irgendwo einen Rechenfeder oder... Also ich sehe da keine Rechenfeder. Dann muss ich ja nur mal was sagen, das ist ja auch so mal kein Problem. Wenn du da mal was sagst, ja, irgendwie mal in der Woche. Okay, dann kündige ich jetzt an, kündige ich jetzt an, nächstes Wochenende. Ja, siehst du, nächstes Wochenende. Gut, haben wir das schon. Schatz, ich... Nächstes Wochenende irgendwann mit Marcel treffen. Ist okay? So, siehst du, ist okay. Okay, ist jetzt besprochen, dann müssen wir noch einen Tag ausmachen. Und dann ist sie an dem Tag bei ihrer Schwester oder sonst sowas. Saki, es tut mir leid und wahrscheinlich wirst du auch vergeben sein danach. Was? Nein? Oh, ey, komm jetzt hier. Jetzt möchte ich aber gerne doch weiterkommen. Ich würde doch nicht einen ganzen Part im Gnässe aus dem Gummeln. Wenn du mir jetzt noch Sonic an Leech laus, dann hast du dich. Das gehört dir, das Spiel. Obwohl, doch, ich hab auch schon überlegt. Ja, danke. Also, ich werde es, ich werde es noch nicht in nächster Nähe spielen. Also, noch nicht so dieses Jahr wahrscheinlich nicht mehr. Ja, aber du weißt ganz genau, dass ich diese Zeit habe. Du willst es vor mir spielen, okay? Ich werde es bei dir einfach mitspielen. Ich werde es bei dir einfach mitspielen. Fertig. Das ist kein Problem. Können wir bei Galaxy auch genauso machen. Du weißt ganz genau, dass ich... Nein! Ja, aber warte, warte kurz. Ich bin mal ganz kurz weg, ja? Ja, ja, mach mal. Ja, bitte! Ja, natürlich. Ey, wo ist der Peacewitch, Mann? Nicht verarschen? Hier muss es irgendwo weitergehen? Ich weiß nicht wo. Kein Plan. Ich bin nicht verzweifelt. Hey, der spielt ja Pokémon, Mann. Wirst du dich verarschen? Ich habe eine Idee, aber ich glaube nicht, dass das stimmt. Also lasse ich es lieber sein. Ach so. Nein! Oh mein Gott. Oh. Was mache ich da eigentlich? Ja, genau. Hier ist die Tür wohl hier, ne? So. Okay, die war nicht korrekt. Finde ich nett. Dankeschön. Okay. Wir wissen mehr, aber ich weiß noch nicht, wo wir langen müssen. Also ich habe keine Ahnung, wo ich langen muss. Mit dem Peacewitch. Ich kann nur einen einzigen Gang. Und das war der, wo ich gerade reingegangen bin. Ja, ich habe irgendwas verpasst, oder? Ich weiß es nicht. So, jetzt wird der Lack auf den Tisch gelegt. Schäge, ich komme nicht weiter. Ich habe den Peacewitch gefunden, aber ich komme nicht weiter. Warum denn das schon wieder nicht? Du musst den mitnehmen. Ja, nein, wirklich. Bist du sicherer, Julian? Schäge, Mensch. Bist du ganz sicherlich mitnehmen? Natürlich. Jetzt kannst du nicht verantworten oder was, oder? Du musst den mitnehmen. Wech? Was? Nee. Ja, da musst du zu der Tür laufen, die in die Kästchen eingeschlossen ist. Stimmt nicht. Oh nein. Hast du es probiert, oder? Ja. Dann musst du... Hier sind überall Schlüssel dran. Ich verstehe es nicht. Guck mal her. Oh, wie nett. Danke. Wir kommen hier als Großer durch. So, also dieser dämliche, homophobe Schalter ist hier hinten. Ja, da hast du die Tür nicht meint, aber die funktioniert nicht meins da. Ja, genau. Da war ich ja eben drin. Ich zeige das gerne auch mal, wenn du möchtest. Nein, nein, brauchst du ja nicht. Ich sehe es ja dann, wenn ich mir den Part angucke. Also wenn ich diese Runde nicht rausführe, dann habe ich ein Problem, weil es gibt in diesem Video kein... Nein! Es gibt ja einen, ich muss sagen, es gibt keinen Effekt. Ich benutze Fails jetzt am Ende, am Mittelwaypoint und am Anfang gelevelt. Das ist mein Nachteil. Ich weiß. Du hast ja mitbekommen, oder? Ja, ich habe mir das mitbekommen. Ich habe mir das Let's Play ein bisschen angeguckt. Alles klar. Das ist auch fair von der Fails eigentlich. Ich glaube, dass es so schwer ist. Dass ich mir das angucke. Ne, dass ich nur am Mittelwaypoint und so, ach, jetzt komm, fett dich. Der hat mich ja immer noch mal gespielt. Aber ich sage mal so, dafür, dass ich das Spiel wahrscheinlich gar nicht spielen könnte, weil ich einfach so unfähig bin in diesem Mario-Spielen. Aber das weißt du ja auch. Ja, also der ist schon ziemlich unfähig. Und das sollte man echt drüber lachen. Also ich bin auslachen. Halt dich Schnauzei, also so unfähig glaube ich ja nicht. Na, der kannst du ziemlich gut machen, wir spielen, Zwinker. Und... Halt dich Schnauzei, du... Du bist ein kleiner Peniskopter. Da oben vielleicht. Du bist der... Du bist der... Du bist der... Helikoptermann 2. Das geht auch lang. Da oben ist... Pass an. Dein... Anal-Eingang. Nein. Nein, ich gucke gerade Jurassic Park. Warum? Weil der Film cool ist. Kann ich nicht bestätigen. Doch, der Film ist cool. Oder so. Jurassic Park. Screw, Junge. Obwohl, der erste Teil geht eigentlich doch. Ja, siehst du, merkst du was? Ich komme von dir alles. Und das kommt gerade erst. Keine Angst. Ja, aber du bist der Scheiß, oder was? Alter. Ne, ich finde die eigentlich ganz gut. Du findest sehr scheiß, dass du gerade gesagt hast. So, hier ist jetzt dieser... Aber ich gar nicht. So, und jetzt... Gehen wir mal an diese Tür. Wohin, ihr könnt ihr mitnehmen? Der ist weg! Der ist weg! Der ist weg! Was ist das denn? Hallo? Dein, äh... Booster ist ausgegangen. Was? Dein Booster ist ausgegangen. Dein was ist ausgegangen? Dein Booster ist ausgegangen. Nein, das ist nicht ausgegangen. Nein, das ist nicht ausgegangen. Nein, ich höre dich aber jetzt leiser. Ja, das liegt an diesem Scheiß, ne? In das Kopf-Dingens-Grund. Wie siehst du das an? Das ist nicht runtergehen, sonst. Okay, okay. Okay, wahrscheinlich einfach nur leiser. Oh, geh da runter, du Mann! Mach keinen Scheiß! Geh da runter, du Mann! Ja, Luigi ist... Angst, Gott. Du, Luigi ist kein Mann, Junge. Stimmt, Anja ist recht. Ich suche gerade hier... Luigi ist ein Heimgang, Mann. Er muss auch ein Heimgang sein, Schlüssel oder so. Das ist nicht so gut sein, wenn du den verkackten Schlüssel gefunden hast. Ich hab nicht... Ich hab in einem Part nicht den ganzen Mann gefunden. Ich verarschen. Wir gehen uns erst links lang jetzt. Ne, wir gehen rechts lang. Das ist schon so eine schöne... Blume. Blume? Eine Blume. Ja, das habe ich von dir. Genauso wie ich Stern von... Aber dafür hast du homophob von mir. Ja, okay, okay. Sieß. Muss... Irgendwas sein, um hochzukommen. Ja, die Geister... Du bist wahrscheinlich mit dem komischen Drehsprung drauf. Das habe ich schon getestet. Habe ich nicht, aber ich weiß es. Was hier denn eigentlich? Ne, das ist... Oh, mein Gott. Bitte nicht. So. Also wir dürfen auf keinen Fall... Aber darf... Darf ich dir mal sagen... Sag's bitte. Ab und so bist... Ab und so bist du ja echt blind, ne? Wieso? Oder auch ab und so bist du auch echt ein bisschen... Ein bisschen... Ein bisschen doof. Also das kann ich nicht wieder... Das kann ich nicht zustimmen. Also... Also... Das... Ja, nee, nee. Hör mir mal bitte zu. Hör mir mal bitte zu, ja? Okay? Ne, ich möchte das nicht. Hörst du mir zu? Hör mir mal bitte zu. Das wird in anderen Zuschauern auch schon aufgefallen sein, dass du bei Dead Space sehr viele Kisten übersiehst. Was habe ich dir jetzt übersehen? Kisten. Ja, dann brauche ich diese entweder nicht oder ich wollte mal net sein zum Spiel. Du weißt doch... Ja, du weißt doch gar nicht was drin ist. Aber das Spiel ist ja nicht net zu dir. Warum ist es so net zu dem Spiel? Ich bin mir nicht sicher. Stellst du mich hier bloß oder was? Nein, ich mache es ja noch. Ja, ja. Voll fertig machst du mich. So, warte, wir machen es mal anders jetzt. Ja, natürlich. Nein! Was war das denn? Sprick da so nicht. Einen, einen, ich leise mal rein. Ich darf nicht so laut sein. Ah, ey. Ich habe schon wieder was vorbei und ich komme nicht weiter, Mann. Jetzt bin ich verarscht. Komm her, du Geist. Komm her. Jetzt machen wir es mal anders. Jetzt sind wir schon uns gefordert, Mann. Hier. Wow. Ich habe keinen Block mehr. Wow. Geh weg. Ja, jetzt hörst du wieder hier Rampage-Modus und machst wieder alles kaputt. Ey, das gibt's nicht, ey. Ich drüge gleich hier durch, Mann. Ich habe keinen Bock auf großer Mario. Jetzt habe ich echt die Schnauze voll, Mann. Du bist kein Mario, Junge. Mario ist cool. Ja, stimmt. Verdammt, ich bin so schwul, Mann. Ich hoffe, dass wir jetzt keine Luigi-Fans sind. Es gibt ja wirklich Fans von Luigi. Es gibt ja wirklich Fans von Luigi. Es gibt nur Double-Fans. Doch. Boah, der war fies. Ich weiß nicht. Es gibt einen Fan. Okay. Es gibt von Luigi. Ah, geh rein. Gut, Leute, ich muss leider wieder ausmachen. Ich weiß, es tut mir leid. Ich bin nicht weitergekommen. Also, bis zum nächsten Mal.